Ja, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr daraus wieder eingeschaltet habt zu einem erneuten Video hier auf diesem Kanal. Wir sprechen heute über Wintertransfers von Werder Bremen und zwar zu und Abgänge. Worauf muss man achten? Worauf muss man jetzt schon achten? Was für Pläne muss Werder vielleicht auch schmieden? Wir schauen einfach mal drauf. Natürlich rein aus Fanperspektive, aus meiner Perspektive und auch aus eurer Perspektive, denn ich habe eure Namen gesammelt. Wen sollte Werder im Winter verkaufen, Stand jetzt? Wen sollte man vielleicht verleihen und wo sollte man die Augen besonders aufhalten? Und da habe ich mir Folgendes überlegt. Wir machen heute, ich habe alle Namen zusammengesucht, also alle eure Abgangskandidaten, ich werde zu denen was sagen. Ich habe auf Instagram die letzten Tage gesammelt gehabt und auch auf Zugänge. Bei Zugänge habe ich aber mir was anderes überlegt. Da habe ich ein bisschen geswitcht, denn heute schauen wir auf auslaufende Träge in der Bundesliga. Da habe ich schon, ich glaube, neun Namen zusammengesucht. Interessante Spieler, auf die Werder vielleicht achten muss, je nachdem, in welcher Formation man natürlich auch in der neuen Saison plant oder auch in der Rückrunde. Denn man hat ja auch schon gesagt, dass Geld für den Winter da ist. Das heißt, auch im Winter Transfers zu tätigen. Und da sind auslaufende Träge immer besonders interessant, weil du die Spieler nochmal günstig holen kannst. Ja, ein halbes Jahr später kannst du die Abwürse freiholen, aber manchmal kannst du im Winter so einen Schnapper machen, dass sich das trotzdem lohnt, weil du diese Sofortverstärkung hast. Und da schauen wir heute drauf. Und das habe ich alles zusammengesucht. Wenn ihr sagt, Nico, wir wollen ja viel mehr als nur Bundesliga sehen. Also wir wollen natürlich auch wissen, wo laufen bei den anderen Ligen die Verträge aus. Dann werde ich eine Special-Folge für euch machen. Aber nur wenn ihr reinschreibt, Nico, zweite Transfer-Folge muss kommen, etc. Schreibt es mir rein, auch in welche Ligen wir besonders dann gucken sollen. Und ich musste mal kurz gerade eben schmunzeln, denn ich habe gerade ein Oberteil an, was die OGs von euch noch kennen. Da mit dem Oberteil habe ich nämlich auch schon vor drei Jahren Videos gemacht. Wie da die Videos aussahen, das zeige ich euch jetzt einmal ganz kurz. Kurz so für den Anfang. Und da könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr vielleicht findet, dass wir uns im Kanal gesteigert haben. Ich weiß ja nicht so ganz, aber vielleicht erkennt ihr ja das Oberteil. Das ist nämlich dasselbe, was wir jetzt gerade anhaben. Ich habe nur gerade gesehen, dass wir das mit dem Bildschirm nicht so richtig angepasst haben. Aber jetzt geht es ja. Das ist es. Guckt mal hier. Und willkommen zurück zu diesem Transfer-Update hier bei Rienico. Ja, bei Rienico. So ist es nämlich. Ja, gut. Das waren dann die Videos von vor drei Jahren. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch die ja gerne nochmal reinziehen. Da, glaube ich, haben wir dann doch auch den nächsten Sprung schon mal geschafft, würde ich zumindest mal sagen. So, ganz wichtig mir auch nochmal zu sagen, deswegen kam gestern auch kein richtiges Werder-Video wegen Dieter Budensky hier. Dieses Video ist online gekommen. Ist bei mir jetzt sieben Stunden her. Für euch ist es dann gestern. Ja, könnt ihr gerne reinziehen, wenn ihr mögt. Wenn ihr wollt, wenn nicht, dann nicht. Und dann fangen wir jetzt direkt an. Ich habe, wie gesagt, eine vorsortierte Liste mit den ersten Namen, die im Winter auf jeden Fall gehen müssen. Den ersten Namen, mit dem wir anfangen. Ich meine, was soll ich euch erzählen, Freunde? Müssen wir wirklich nochmal drüber reden? Eigentlich nicht. Natürlich sollte das ein dauerhaftes Thema sein. Aber wenn wir darüber reden, wer soll im Winter gehen, wer soll kommen, Da müssen wir natürlich auch einmal zumindest über Nabi Keita reden, dass er definitiv von der Gehaltsliste gehen muss. Also das ist ganz klar. Sollte einer unserer obersten Ziele sein. Und deswegen müssen wir ihn hier auch nennen, dass er eben auch im Winter unbedingt gehen muss. Beim nächsten Kandidaten, wie gesagt, wir haben ein paar Spieler jetzt erstmal, die wir einmal durchbrettern müssen. Bei dem nächsten Kandidaten ist es so, dass er derzeit in der Regionalliga spielt und wirklich auf sich Aufmerksamkeit macht. Hat jetzt in acht Spielen sechs Tore zwei Vorlagen gemacht. Dreht immer mehr auf, zeigt sich immer mehr. Hier musst du abwägen. Entweder wirst du ihn in der Rückrunde fest zum Kader nehmen, dass er bei den Profis auch Einsatzzeiten bekommt. Weil nur Regionalliga ist für mich zu wenig. Er kann in diesem Jahr mehr zeigen. Das heißt, für mich persönlich ist es am klügsten, glaube ich, Leon Opels woanders hin zu verleihen. Am besten in die dritte, zweite, dritte Liga. Vielleicht kann er dort seinen nächsten Schritt machen im Männerfußball, im Profifußball. Ich glaube, dass das sehr, sehr gut wäre. Gerne auch zu einem Drittligisten, der vielleicht ein bisschen ambitioniert ist, offensiv spielt. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. 19 Jahre alt, den darfst du nicht ausbremsen in seiner Entwicklung. Und dadurch, dass er bei den Profis derzeit keine Rolle spielt, wäre es für mich sehr, sehr clever, diesen Spieler zu verleihen. Das sind übrigens alles Kandidaten, die auch von euch reingeschrieben worden sind, die im Winter Thema sein sollen. Unter anderem natürlich auch Isaac Hansen bekommt viel zu wenig Spielzeit. So wirst du den Jungen nur ausbremsen. Er spielt komplett gar nicht, weder in der Regionalliga noch bei den Profis. Ist 20 Jahre alt, das heißt, er ist jetzt auch keine 16 mehr. Der Junge braucht Spielpraxis, sonst zerstörst du ihn komplett. Das heißt, hier ist für mich sogar der aller, aller wichtigste Spieler. Ja, du musst einem Isaac Hansen in die zweite, dritte Liga oder nach Österreich in die erste Liga vielleicht sogar verleihen. Auch die Niederlande könnte ich mir noch vorstellen, je nachdem welcher Klub. Belgien wird auch, aber auch da ist es schwer, auch je nachdem welcher Klub. Aber das sind alles so Stationen, wo ich mir zumindest mal vorstellen könnte in meinem Kopf, dass er den nächsten Sprung macht und auf die Spielzeit kommt, die er braucht. Denn nur dann wird es eben wirklich was mit Isaac. Ich glaube nicht, dass er bei uns die Spielzeit bekommt, wo wir alle mit zufrieden sind, wo er mit zufrieden ist. Und deswegen bitte, bitte Isaac Hansen verleihen im Winter. Das muss ein ganz klares Thema sein. Wem müssen wir auch auf dem Schirm haben? Ist auch eigentlich ein klarer Kandidat Oliver Berg. Sein Vertrag läuft aus im Sommer. Natürlich ein halbes Jahr vor Vertragsfluss musst du ihn auf dem Schirm haben. Du musst gucken. Wir haben ja letztens erst auch über Welco Witt-Jung und so weiter gesprochen. Die lassen wir heute mal komplett aus, weil es wirklich um aktiv Verkaufen vielleicht noch geht. Wenn du mit Oliver Berg nochmal Geld einnehmen willst, musst du ihn im Winter verkaufen. Könnte vielleicht auch dahingehend gut sein, ihn von der Geilste zu streichen, um einen neuen Offensivspieler zu holen. Denn eins ist klar, Werder Bremen wollte ihn auch im Sommer abgeben. Er ist einfach nur improvisiert im Prinzip da. Aber eigentlich musst du ihn aber abgeben, damit wir auch dieses Geld wieder frei haben für einen anderen Spieler. Denn wir wollen uns ja auch weiter verstärken. Und ich glaube, dass es da nun mal super wichtig ist, dass wir Oliver Berg streichen können. Das wird zumindest bei uns auf jeden Fall erstmal sehr, sehr wichtig sein. Auch, das ist so eine Sache. Ich glaube, dass er gehaltstechnisch nicht so viel Geld kostet. Er ist aber auch erst 22 Jahre jung. Du musst dann Kichy eigentlich auch abgeben. Er war eigentlich schon vor dem Wechsel in die dritte Liga. Ja, ich hoffe, dass man jetzt im Winter das finalisieren kann, dass er dann wirklich auch auf Spielpraxis kommt. Hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Ist aber, wie gesagt, eigentlich erst 22. Du bremst den Jungen komplett aus, wenn wir ihn zwar im Kader haben, aber irgendwie spielt er ja dann doch nicht. In der Regionalliga hat er jetzt zwei Einsätze gemacht. Eine Vorlage. Ist aber, wie gesagt, derzeit auch wieder verletzt. Ja, ich glaube, dass du ihm in dem Moment was Gutes tust, wenn wir es irgendwie schaffen, ihn in die dritte Liga abzugeben. Das wäre für ihn, glaube ich, auch gut. Und am besten zu einem Verein, der wirklich mit Flügeln spielt. Denn dann kann er da wirklich seine nächsten Schritte auch machen. Ja, und dann kommen wir zum letzten Kandidaten, der von euch reingeschrieben worden ist. Das habe ich jetzt zuletzt genommen, weil es tatsächlich, die anderen wurden am allermeisten geschrieben. Der kam danach im Winter. Natürlich gab es auch ganz viele, muss ich auch da schon mal ganz klar sagen, ganz viele, die geschrieben haben, du musst Dux verkaufen und so weiter. Ich glaube, dass bei Dux man sich im Winter, aber auch im Sommer so oder so anhören wird, ob es Angebote gibt. Sollte es wirklich gute Angebote geben, wird man sich da auch im Winter mit zusammensetzen. Bin ich mir ziemlich sicher eigentlich, wenn man einen passenden Ersatz auf dem Schirm hätte. Sonst eben nicht. Hier geht es aber ja darum, wen willst du vielleicht aktiv gerade auch verkaufen. Und dort wurde auch reingeschrieben, Leonardo Bittencourt. Hier muss man auch wieder sagen, er ist einer unserer Topverdiener. Er hat einen wirklich guten Vertrag. Und wenn du einen Leo Bittencourt hast im Kader, dann musst du ihn natürlich auch immer wieder einsetzen. So, er ist ein Typ, er ist unangenehm, giftig für den Gegner, schwer zu packen, niedriger Körperschwerpunkt. Technisch hat er auch einiges drauf. Nur im letzten Dritte muss man einfach sagen, das ist schon lange nicht mehr sein Zuhause. Die 10, die er auf dem Rücken hat, ist mehr Last als alles andere. Ich glaube, dass er, und das würde ich ihm auch total gönnen, mit Sicherheit noch vier, fünf Jahre vielleicht coolen Fußball spielen kann. Aber vielleicht eher in einer anderen Liga vielleicht auch. Ja, und ich würde ihm das gönnen. Für uns wäre es dementsprechend aber auch wirklich sehr, sehr wichtig, muss man einfach sagen, weil er einer der absoluten Topverdiener ist. Soll über zwei Millionen auch verdienen bei uns. Wenn er geht, auch ohne Ablösesumme, würde er mächtig was an Gehalt freimachen. Mit Ablösesumme wäre natürlich nochmal besser. Vielleicht eine niedrige Ablösesumme und dann eben das Gehalt einsparen. Ich glaube, damit könnten wir schon einiges anfangen. In dem Fall Leonardo Bittencourt. Ja, und dann sind wir auch schon fertig mit Abgangsliste und können jetzt schauen, oh, 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 auf die Neuzugänge. Und einen Neuzugang, den habe ich euch schon ein paar Mal vorgestellt, meine Freunde. Aber ich mache auch heute nochmal darauf aufmerksam, ey, wenn das kein Übergang war. Und zwar mein neuer Kanal, RN96. Schaut doch gerne vorbei. Dort ist vor zwei Tagen ein neues Video online gekommen. Dort lade ich auch aktuell zwei bis drei Videos jede Woche hoch. Vom besten Grillteller in Köln zu Manga Burger vs. Manga Döner. Und jetzt auch online, wenn ihr das Video seht, der billigste Döner in Köln. Ich habe ihn gefunden und getestet. Schaut da gerne vorbei. In Österreich, wenn ich jetzt am Samstag dorthin fahre, werde ich auch Vlogs machen. Die werden dann auf diesem Kanal da kommen. Das heißt, Abo dalassen, Glocke aktivieren, ganz wichtig. Und lasst gerne einen netten Kommentar da. Und dann kommen wir jetzt zu den wirklichen eventuellen Neuzugängen. Ich habe euch auch da gefragt, ey, was sind denn interessante Namen, worauf wir vielleicht achten müssen. Und habe diese jetzt zusammengesucht. Kurz mal Trinkpause. Wir machen aber keinen Schnitt, deswegen machen wir jetzt die Trinkpause hier. Gab es auch noch nicht, ne? Im Video zu trinken. Aber muss manchmal auch sein bei einem längeren Video. Denn, kann ich euch auch sagen, deswegen nehme ich das übrigens auch heute Abend auf. Ich habe am Freitag noch so viel zu tun. Und fahre ja praktisch von Freitagnacht, also Samstagmorgen sozusagen los. Bin dann Samstagmittag da. Ihr wisst ja, wie es läuft, Freunde. Ihr kennt das doch. Ja, also, wir fangen an. Wir gehen durch. Es gibt hier ein paar sehr, sehr interessante Vorschläge von euch. Es gibt auch ein paar Spieler, wo ich sage, musst du mal gucken, ob die auch so zu haben sind. Das hängt auch mal so ein bisschen davon ab, wo der Verein dann im Winter steht und wo wir stehen. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, pass auf, Freunde. Das sind alles Spieler, wo man sagen muss, behalt die mal im Auge. So, behalt die einfach mal im Auge. Schau, wie sich deine Situation bis zum Winter entwickelt. Schau, wie sich die Situation bei dem jeweiligen Verein entwickelt. Und dann schaust du eben weiter. Und einer dieser Spieler, den musst du auf dem Schirm haben, ist Eric Smead. Den habe ich tatsächlich mit reingenommen, weil ich einfach sage, ey, in der Innenverteilung. Er ist im besten Fußballer, Alter, mit 27 Jahren. Wird im Januar 28, hat nur noch ein halbes Jahr Vertragslaufzeit. Hat einen Markt von 4 Millionen Euro. Und ganz ehrlich, der ist bei St. Pauli ein absolutes Bretz, muss man einfach sagen. 600.000 Ablösesumme gekostet. Wer Eric Smead schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, ey, der Typ hat es richtig drauf. Wer absolut ein Spieler, wo du sagst, ey, wenn zum Beispiel St. Pauli wirklich Richtung Abstieg kämpfen sollte, auch im Winter schon, könnte das ein Spieler sein, jetzt ganz wichtig, der vielleicht auch offen für Gespräche ist. Im Winter schwierig, sage ich euch ehrlich, halbes Jahr. Ich weiß nicht, ob er St. Pauli da im Stich lassen würde im Abschiedskampf. Aber für ablösefrei nach der Saison. Und da kannst du ja im Winter mit verhandeln. Das heißt, du kannst mit ihm im Winter sprechen, um vielleicht schon was klarzumachen Richtung Januar dann, für einen neuen Vertrag zur neuen Saison ablösefrei zu uns zu kommen. Und ich glaube, dass ein Eric Smead gerne auch in der ersten Liga spielen wollen würde. Und ich glaube, dass es hier so ein bisschen danach läuft, wer zuerst kommt, mal zuerst, weil der wird einige Interessenten haben am Ende der Saison. Das ist zumindest mal ein Call von mir. Ja, dann, das ist jetzt ein Call von euch zum Beispiel. Dort kann ich gar nicht sagen, was ist jetzt hier passiert mit ihm in den letzten Jahren. Derzeit fehlt er wegen einer Oberschenkelverletzung. Hatte er auch eine Knieverletzung, 23, 24. Da ist er mal 18 Spiele ausgefallen. Aber sonst hat er eigentlich immer nur so 5 Spiele mal gefehlt. Mal 8, mal 3, mal 2, mal 5. Das ist aber alles jetzt nichts Wildes, rein theoretisch. Und auch große Sprünge, also 24, 25 ist jetzt hier gar nichts. Alles 23, 24. Fehlt aber, wie gesagt, schon länger mit einer Oberschenkelverletzung. Sein Vertrag läuft allerdings aus. Deswegen wurde er von euch reingeschickt. Lukas Metscher, 25 Jahre jung. Derzeit nur noch mit einem Marktwert von 5 Millionen. Ich weiß nicht, wann der wieder zu 100% fit ist. Keine Ahnung. Kann ich euch nichts zu sagen. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass der häufiger geschrieben worden ist. Lukas Metscher, beobachten. 18 Millionen Marktwert hatte er. Dann, wie gesagt, ist er wirklich echt gut abgeflacht. Muss man einfach mal sagen. Ich weiß gar nicht, was hat er denn für Spiele da noch gemacht gehabt. Wie gesagt, die Verletzung haben wir ja gerade mitbekommen. So, in der Saison 23, 24. Letzte Saison hat er nur drei Spiele gemacht. Da hat er sich auch die Verletten zugezogen. Davor, die Saison, waren es noch 16. Vier Tore, eine Vorlage. Und davor, die Saison, war es noch 25. Mit acht Spielen und einer Vorlage. In der Champions League sogar fünf Spiele und zwei Vorlagen gemacht. Also, kann, hat eigentlich einiges drauf, Fußballerich. Da müsste man halt wirklich genau gucken wegen der Krankenakte. Da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, sage ich euch ehrlich. Vor allen Dingen so nach dem, was wir so zuletzt alles erlebt haben, bin ich wieder so bei, schauen wir uns mal an. Wem wir jetzt aber auf jeden Fall weiter anschauen sollten. Und da habe ich mal so ein bisschen geguckt, je nachdem, was könnte für Backups kommen. Vielleicht wird da Richtung Ende der Saison auch ein Stay interessant auf dem Markt werden. Das heißt, du musst ja auch da Transferpersonalien im Blick halten, wo du sagst, wer könnte denn rein theoretisch so ein Profil ergänzen. Und nochmal ganz wichtig, wir haben jetzt ja bewusst nur eine Bundesliga-Edition gemacht. Ich werde ja auch mal eine internationale Edition machen, wenn ihr dann sagt, Nico, habe ich Bock drauf. So, und da kommen wir zum nächsten Kandidaten. Und das ist Lennart Meloni. Den habe ich wieder mit auf die Liste gepackt, weil sein Vertrag eben auch ausläuft. Er ist ein absoluter Fighter auf der 6, 1,88 groß, defensives Mittelfeld, 25 Jahre jung, 5 Millionen Marktwert. Wie gesagt, sein Vertrag läuft aus, 6 Spiele gemacht, 83% Startelfquote, kann 6er Innenverteidiger, Rechtsverteidiger halte ich jetzt mal für ein Gerücht, aber 6er Innenverteidiger kann er definitiv. Dortmund auf Vergangenheit kennen wir ja auch ganz gut, damals von Dortmund 2 zu Heidelheim gekommen. Ich glaube, dass wir mittlerweile, werden den einige auf dem Schirm haben. Also da bin ich mir relativ sicher, hat jetzt in der Bundesliga 37 Spiele gemacht, ein Tor, eine Vorlage. Mal gucken, wie der sich in der Saison weiterentwickelt. Letzte Saison hier in der Bundesliga, 29 Partien gemacht, ein Tor, eine Vorlage. Davor die Saison in der zweiten Liga, alle 33, also ein Spiel nicht, 33 Spiele gemacht, eine Vorlage. Den musst du auf dem Schirm haben. Den musst du auf dem Schirm haben, weil es eine kostengünstige Alternative für die Kaderbreite ist. Je nachdem, was auf der 6 passiert, je nachdem, für wen du ein Backup brauchst. Nur mal so ein Beispiel, ein Leo Bittencourt geht, so, und du willst einen Ersatz auch für den State zum Beispiel haben. Hier ist er, so, halbes Jahr vor Vertragsende, kannst du dir gut packen, deutlich weniger im Gehalt, kannst du machen. So, überhaupt nicht das Profil von Leo Bittencourt, aber viel eher, wenn du dann in so eine Richtung, ah, wer könnte auf der 6 wirklich nochmal eine Ergänzung sein? Dann, da ist er, musst du auf dem Schirm haben, musst du beobachten und dann gucken. Jetzt kommen wir wieder zum nächsten Vorschlag von euch. Den habe ich übrigens auch schon im Sommer aufbekommen gehabt. Jakob Brun Larsen, 26 Jahre jung, 6 Millionen Marktwert, auch noch ein halbes Jahr Vertrag. Also, bis 25 Vertrag, ich hoffe, ihr wisst immer, was ich... Also, meine Rede ist, im Winter haben sie noch ein halbes Jahr Vertrag. Jetzt gerade ist es natürlich noch ein Tick länger, aber im Winter, er läuft halt aus. Ihr versteht mich da, wir sind doch so, Freunde, was ist denn? Ist ja auch kein Problem, ist ja auch kein Problem. 1-3-8-Gos, kam fünfmal rein, hat aber kein Spiel von Anfang an gemacht, kann links sowie rechts spielen. Ist auch ein Spieler, wo du durchaus sagen kannst, ja, der kann offensiv relativ viel abdecken, ist ein interessantes Profil, ist Dene, Dene und wir, das können wir ja sowieso. Das muss man ja auch mal sagen, hatte man einen deutlich höheren Marktwert damals bei Borussia Dortmund und noch von 20 Millionen Euro. Mainz war auch an ihm dran, derzeit ist er eben noch bei Hoffenheim. Aber ich glaube, und da muss man auch wirklich sagen, den werden auch, glaube ich, ein paar auf dem Schirm haben. Wer da früh kommt, der wird das irgendwie rocken auch. Hat in der letzten Saison in der Premier League 32 Partien gemacht und sechs Tore bei seiner Laie. Jetzt eben fünf Einsätze in der Bundesliga, zwei in der Europa League, einen im DFB-Pokal. Aber ist halt kein Stammspieler. Könnte vielleicht wirklich ein Spieler sein, wo du, wenn du früh genug dran bist, den du kriegen kannst, qualitativ würde der uns auf jeden Fall nach oben bringen. Das muss man sagen, auch jetzt noch mit Premier League-Erfahrung, da konnte er sich ja auch nochmal zeigen. Ich glaube, das wäre schon eine sehr, sehr interessante Lösung, muss man sagen. Ja, gehen wir doch wieder zum nächsten Spieler. Da haben mir viele geschrieben, oh Nico, da müssen wir mal in der Zukunft beobachten, wie der sich entwickelt. Ich bin so ein bisschen skeptischer, weil Nelson Weiber wurde reingeschickt, fünf Millionen Mark wert. Problem ist natürlich, wir haben einen Keketopp auch mit einem Jahr älter gerade. Wenn du wirklich nur mit einem Stürmer gehst, wirst du dann einem Keketopp einen Nelson Weiber vorsetzen? Also würdest du das machen oder nicht? Da habe ich mal so ein bisschen Fragezeichen. Trotzdem natürlich ein super junges Talent, guter Spieler. Aber wie gesagt, da muss man so ein bisschen wirklich abwägen, auch mit eigenem Kader-Material. Wie willst du hier weiter fortgehen? Fünf Millionen Mark wert, wie gesagt, auch nur Vertrag bis 25. Kannst du auf jeden Fall beobachten. Dann habe ich einen Vorschlag von euch bekommen, Richtung Weiser Backup, beziehungsweise Felix Agu Backup, wenn man Weiser weiter vorne plant. Also wenn man sagt, Weiser bleibt jetzt vorne und wir brauchen noch ein Backup für Felix Agu, ist das ein Spieler, der vielleicht wirklich da passen könnte? Mein Problem ist so ein bisschen, würde der sich mit der Backup-Rolle zufrieden geben? Das weiß man natürlich immer nicht. Aber sein Profil kannst du beobachten, denn sein Vertrag läuft aus. Ist doch gar nicht so lange her, da wollte den irgendwie gefühlt gar keiner unter Vertrag nehmen. Ist nämlich ablösefrei vom Borussia Dortmund gewechselt zum VfL Bochum und zwar Felix Pazlak. Damals war echt ein super großes Talent auch gewesen bei Dortmund. Guck mal, hat er da hier Marken von drei Millionen Euro auch gehabt. Trotz, da hatten ihn wirklich auch einige auf dem Schirm. Ich weiß noch, da ist er damals echt mal richtig gut eingeschlagen. Ja, und jetzt ist er eben bei Bochum gelandet, ist aber derzeit dort auch absoluter Stammspieler. Hat alle sechs Spiele gemacht von Anfang an und auch durchgespielt. Können wir auf jeden Fall mal weiter beobachten, würde ich sagen. Und dann schauen, was hier noch so passiert, sage ich mal, mit ihm. Muss man dann natürlich mal gucken. So, dann kommen wir zu den letzten drei Spielern. Da ist Bernardo. Ich habe keine Ahnung, was mit dem ist. Warum jetzt hier auch nichts von ihm kommt. Ich kann es euch gar nicht sagen. Aber Bernardo war letzte Saison ein überragender Spieler. Muss man wirklich so sagen. Wirklich ein überragender Spieler. Sein Vertrag läuft aus. Wenn man ihn kriegen kann, musst du ihn verpflichten. Ich weiß nicht, warum er keine Spiele macht, was da los ist. Ich habe gar keine Ahnung. Aber er wurde ganz oft geschrieben. Ich weiß auch, warum. Weil eben in der letzten Saison der überragende Leistung gezeigt hat. Musst du definitiv auf dem Schirm haben. Kein Innenverteidiger, kein Außerteidiger. Wenn du den auf den Markt bekommst, musst du den eigentlich auch holen. Und jetzt kommen wir zu den zwei was teureren Lösungen. Aber wie gesagt, vielleicht eben ablösefreien Thema. Der eine ist ein Spieler, der vor allen Dingen die Flügel extrem beleben könnte. Wäre auch so ein Spieler, wenn du in diesem Dreiersturm wieder gehst, wo du sagst, der könnte zum Beispiel den linken ZOM oder den rechten ZOM gut spielen. Wobei der technisch auch sehr, sehr stark ist. Trotzdem auch einen guten Abschluss hat und sehr, sehr viel Tempo mitbringt. Und das ist Ruben Vargas. Schweizer Nationalspieler. 50 Spiele für die Schweiz gemacht. Acht Tore, neun Millionen Marktwert. Vertrag läuft allerdings aus. Muss man natürlich gucken, was er als nächstes will. Wenn er aber sagt, ey, ich will vielleicht in der Bundesliga den nächsten Step machen und Werder steht bis zum Winter relativ gut da, könnte das zumindest jemand sein, der offen für so ein Gespräch ist. Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, dass Werder den zumindest dann auch auf dem Schirm hat und beobachten wird. Muss man mal schauen. Den anderen Spieler, da muss man sowieso mal schauen, weil der zwischenzeitlich, dann war der immer gar nicht mehr zufrieden bei Wolfsburg, hat irgendwie gar nicht mehr gespielt. Jetzt spielt er wieder was mehr. Aber das ist alles so, das muss man beobachten, wie das da weitergeht, weil auch sein Vertrag dort ausläuft. Und ich weiß, das ist noch gar nicht so lange her, da hat er auch gesagt, ey, ich will einfach wieder spielen und alles. Vielleicht ist das ein Spieler, den man wirklich mal genauer beobachten muss. Riedle Baku für die rechte Seite. Tatsächlich wäre er dann aber ein Spieler, der Felix Argo wahrscheinlich direkt verdrängen würde. Aber mit Riedle Baku und dann Daryl Köhlen weiterzumachen für die neue Saison zum Beispiel und Felix Argo halt eben der Backup, der auf beiden Seiten spielen kann, ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Auf der anderen Seite sage ich auch, wenn Felix Argo die nächsten Steps jetzt macht, darfst du die niemals rausnehmen. Aber ich kann den Vorschlag sehr verstehen. Baku wurde einige Male vorgeschlagen, weil man ihn einfach wirklich beobachten muss. Sollte er ablösefrei auf den Markt kommen, musst du so einen Spieler auf dem Schirm haben, weil der auch offensiver einsetzbar ist. Also auch wieder ein Spieler, den du offensiver sowohl aber auch auf der Schiene einsetzen kannst, kann man dann schauen. Ist fußballerisch, hat er einiges drauf. Das muss man einfach so sagen. Hat auch schon viel, viel gespielt auf der Position. Also hier sind wir auf die komplette rechte Seite. Hat vorne ganz, ganz viel drauf. Wie gesagt, ist sogar schon zur deutschen Nationalmannschaft mal mitgegangen. Hat vier Spiele für die deutsche Nationalmannschaft gemacht. Ein Tor dabei sogar erzielt. Sieben Millionen Mark wert und sein Vertrag läuft eben aus. Ja, dann sind wir am Ende des Videos angekommen, meine Freunde. Ich hoffe, euch da draußen geht es wunder, wunderbar. Schreibt bitte doch gerne mal einen netten Kommentar hier unten rein. Lasst einen Däumscher oben da. Ich glaube, die 300 Likes knacken wir so oder so. Die knacken wir die letzten Tage immer. Ich würde sagen, wenn ihr sagt, ey Nico, ich möchte gerne bitte eine zweite Folge sehen, ja, dann schreibt euch jetzt mal euren Like rein. Das heißt, wenn ihr jetzt Like Nummer 30 seid, schreibt ihr Like 30 und weiter. So, und macht die 500 Likes voll. So, und dann schreiben, gucken wir mal, ob wir es hinbekommen. Wenn wir die 500 Likes knacken, wird es eine zweite Folge geben mit internationalen Spielern dann. Die nächsten Videos werden jetzt alle aus Österreich dann kommen. Österreich, Bayern. Wir sind ja so, also, so an der Grenze sozusagen. Wir sind im Allgäu da, in die Richtung. Die, die schon mal da waren, kennen das. Ja, ich freue mich total. Für mich ist das so ein bisschen Kopffreikigen, Seelenwanderung, nenne ich es jetzt mal. Ja, und ich freue mich total darüber. Die Vlogs, wie gesagt, gibt es dann auf dem Zweitkanal. Schaut da gerne vorbei. Ich glaube, dass das für viele von euch was ist, weil es einfach komplett positive Videos sind und die echt Spaß machen. Und ich freue mich auch schon, wenn die Pum-Pum-Pum-Länderscheepause wieder vorbei ist, denn das ist auch gar nichts für mich. Und ich sehe jetzt schon die Tage, wenn wir wieder Werner gucken können. Ja, ich hoffe, ihr freut euch aber trotzdem über das Update, über die täglichen Videos, auch in dieser Nicht-Länderspielzeit, äh, in der Nicht-Spieltagszeit, sondern in dieser Länderspielzeit. Ja, und dann bin ich jetzt raus. Euer Nico. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Wochenendstart. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.